Boom Boom von John Lee Hooker, ein echter Klassiker. Du lernst heute in diesem Video ein paar super coole Licks, die du auch in anderen Songs spielen kannst. Auch der Basslauf, den wir hier lernen, der wird in anderen Songs wie zum Beispiel Baby Please Don't Go gerne verwendet. Du kannst diesen Song entweder mit Playback oder mit Band spielen, aber auch genauso gut alleine. Das heißt, der Song eignet sich auch super, wenn du mit der akustischen oder elektrischen Gitarre mal was spielen sollst, nach dem Motto, du spielst doch Gitarre, spiel doch mal was vor, dann kannst du den Song hier auspacken. Der kommt immer super an, die meisten Leute kennen den und der ist gar nicht so schwierig zu spielen. Du kannst ihn mit den Fingern spielen oder auch mit einem Pick und so klingt das Ganze. Eins, zwei, eins, zwei, drei, vier, eins. Der Song besteht nur aus einem Basslauf, den wir auf die drei verschiedenen Akkorde in einem E-Bluss schieben, also auf E, auf A und auf B, auf Deutsch auch manchmal H genannt, und aus drei verschiedenen Licks. Wir lernen die Teile Note für Note nacheinander und wir beginnen mit dem Basslauf. Der Basslauf auf E funktioniert folgendermaßen. Wir schlagen die ungegriffene E-Seite an, den dritten Bund auf der E-Seite, der Riff ist so einfach, da können wir eigentlich nehmen, welchen Finger wir wollen. Ich nehme jetzt mal den Mittelfinger, die leere A-Seite und wieder E. Also E, drei, A und E. Worauf wir aufpassen müssen, ist beim Zählen oder wenn wir mit anderen spielen, dass es nicht auf der Eins anfängt, sondern immer auf der Zwei. Das heißt, wir haben immer zwei, drei, vier, eins. Die ganzen Melodien, Licks und auch der Basslauf, die enden immer auf der Eins. Also eins, zwei, drei, vier, eins, bleibt drei. Eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier, eins. Als nächstes verschieben wir das auf den A. Das heißt, wir spielen das ungegriffene A, genau das gleiche wie eben, nur eine Seite höher, wird da bunt, ich nehme wieder den Mittelfinger, leere D-Seite und wieder A. Zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier, eins. Dann geht es zurück zum E. Wir üben das jetzt mal gerade abwechselnd. Einfach einmal E, einmal A. Immer die Pausen nicht vergessen, da kommt ja gleich noch der Lick rein. Eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier, A. Zwei, drei, vier, A. Zwei, drei, vier, E. Zwei, drei, vier, zwei, drei, vier, A. Zwei, drei, vier, eins. Damit können wir jetzt schon 10 Takte vom 12-taktigen Blues-Schema abdecken. Wir brauchen jetzt noch das B, beziehungsweise H. Wir greifen jetzt zwar anders, aber es ist derselbe Basslauf. Also zweiter Bund A-Seite, ungegriffenes D, zweiter Bund D-Seite und wieder zweiter Bund A-Seite. Da kann man auch zwei verschiedene Finger nehmen, wenn man möchte, dass man hier nicht so springen muss. Eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier, eins. Dann üben wir das wieder abwechselnd mit dem E. Also fangen wir mit E an. Dann zwei, drei, vier, eins. E, drei, A, D. Zwei, drei, vier, eins. Und wieder E, drei, vier, eins. Und wieder B, drei, vier, eins. Zwei, drei, vier, eins. Und mit diesen drei Bassläufen, E, A und B, können wir jetzt das ganze zwölftaktige Blues-Schema spielen. Wir spielen ja immer einmal die Melodie, die ist ein Auftakt, und dann kommt der Basslauf. Das ist zwei Takte lang. Das heißt, wenn wir einmal den Basslauf gespielt haben, plus den Takt Pause, haben wir ja schon zwei Takte vorbei. Spielen wir nochmal auf E, dann sind die vier Takte E vorbei. In der nächsten Zeile haben wir zweimal A. Erst die Melodie, dann der Bass auf A. Dann wieder zurück zum E, Melodie, Bass auf A. Dann auf B, Melodie und Bass. Und dann wieder auf E, Melodie und Bass. Wir spielen jetzt nur den Bass drauf, und dann klingt das Ganze schon mal so. Ich zähle wieder ein, eins, zwei, drei, vier. Nicht vergessen, wir fangen nicht auf der Eins an, sondern auf der Zwei. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei. E, vier, eins, zwei, drei, vier. Eins, A, drei, vier, eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, wieder E, drei, vier, eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier, eins. Spulen das Video ruhig immer zurück, wenn irgendwas noch nicht so gut klappt. Das muss man ja alles erstmal üben. Jetzt kommt die Melodie. Auch die würde ich erstmal wieder einzeln üben. Und zwar funktioniert die so. Da kommen zwei Spieltechniken drin vor, nämlich der Slide. Und ein Pull-Off. Die Techniken erkläre ich auch nochmal ausführlich in einem anderen Video. Prinzipiell rutschen wir einfach von dem zweiten, wir schlagen den zweiten Bund an. Und ohne nochmal anzuschlagen, rutschen wir jetzt hoch zum vierten Bund. Und beim Runterrutschen dasselbe. Wir beginnen hier am vierten Bund oder teilweise auch am dritten Bund. Und rutschen runter. Man kann auf zwei Arten rutschen, nämlich den Ton spielen, klingen lassen und dann rutschen, dass man zwei Töne hört. Oder man macht das nur als Vorschlagsnote, auf Englisch auch Grace Note genannt, dass man den ersten Ton gar nicht hört, sondern den ersten Ton anschlägt und direkt rutscht. Dass da nur vorne so ein Geräusch dran ist, aber kein wirklicher Ton. Beim Pull-Off schlagen wir den Ton an. Und dann ziehen wir den Finger so runter, als würde man mit der Dreifahrt anschlagen. Also ich ziehe einfach zur nächsten Seite. Das ist gar nicht so leicht, wenn das neu ist, weil da gerne sowas passiert. Das muss man üben. Wie gesagt, die Techniken erkläre ich ausführlich in einem anderen Video. Der Link geht folgendermaßen. Wir beginnen wieder auf zwei, zwei, drei, vier, eins, zwei und drei und vier und eins. Ganz langsam. Wir rutschen vom zweiten in den vierten. Das ist so ein schneller Rutscher, also eine Vorschlagsnote. Eins und Mittelfinger. Wir können die beiden ineinander klingen lassen. Oder auch einzeln, wie wir wollen. Und zurück. Das ist wieder ein schneller Slide. Wir spielen also nicht den vierten, sondern wir spielen eigentlich als nächstes den zweiten. Wenn es gar nicht klappt, können wir die Slides auch weglassen. Vier auf der G-Seite, drei auf der B-Seite und dann Mittelfinger wieder. Zwei auf der G-Seite. Ich mache sie mit Slides. Leeres G. Hier könnten wir auch einen Pull-Off spielen. Und dann auf der D-Seite, zwei, leer, zwei. Ich zähle da mal mit. Zwei, drei, vier, eins. Zwei und drei und vier und eins. Mit der Anschlagshand könnte man hier auch Wechselschlag spielen, wenn das zu schnell ist. Daumen, zeige, Daumen, zeige, Daumen, zeige, Daumen. Wenn das klappt, könnten wir das jetzt wieder zum Playback mitspielen. Das heißt, wir würden jetzt immer den Basslauf abwarten und immer nur diesen Lick spielen. Dum, 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 dum. Dum, dum, dum und so weiter. Ich würde erstmal noch keinen Akkordwechsel machen, denn dafür lernen wir jetzt noch zwei kleine Variationen, und dass das noch besser zum A passt. Und zwar zum A. Und jetzt kommen die letzten zwei Töne, die anders sind. Statt dem leeren D und dem zweiten Bund auf D nehmen wir das leere G. Und den zweiten Bund auf der G-Seite. Drei, vier, eins. Zwei und drei und vier und eins. Und dann kommt der Basslauf auf A. Auch das können wir wieder üben. Und dann, als letztes, brauchen wir noch den Lick zum B. Der funktioniert genauso wie der A. Allerdings rutschen wir von dem A direkt hoch zum vierten Bund. Was ja ein B, beziehungsweise H ist. Aber mit dem Slide am Anfang klingt es natürlich noch ein bisschen bluesiger. Wer das wieder nicht hinbekommt, kann auch einfach nur die leere zweithöchste Seite spielen. Und mit dem Slide. 3, 4, 1 Dann kehren wir den Basslauf. 3, 4, 1 2, 3, 4, A 2, 3, 4, E 2, 3, 4, B 2, 3, 4, E Das ist gleichzeitig auch eine super Übetechnik. Immer nur ganz kleine Abschnitte nehmen. Und die sicher spielen können und dann nach und nach das Ganze zusammenbauen. Jetzt können wir das gleiche mit dem zweiten Lick üben. Auch den spielen wir erstmal ohne Basslauf. Der zweite Lick ist dem ersten gar nicht mal unähnlich. Wir beginnen allerdings schon auf der 1 und. Also eine Achtel früher. 1 und 2 und 3 und 4 und 1. Die letzten paar Töne sind genauso wie bei Lick 1. Wir spielen also zweiter Bund D, leeres D und dann vom dritten Slide zum zweiten. Achtung, diesmal ist es kein Vorschlag, sondern wirklich zwei hörbare Töne. Und dann wieder, wie gehabt, leeres D, zweiter Bund D, leeres D, zweiter Bund D. 3, 4, 1 Auch das wieder üben. Dann wieder zum Playback mitspielen. Das kann man nur zum E wechseln. Dann brauchen wir noch den letzten Lick, der nach dem B kommt. Auch das wieder ein einfacher Lick aus der Blues-Tonleiter. Wie er in unzähligen Songs vorkommt. Wir beginnen auf A2. D, D2, leeres D, noch mal G. Den letzten Ton ziehe ich gerne vor, den kann man aber auch auf die 1 spielen. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und... Jetzt spiele ich noch mal ganz langsam das Ganze durch. Du weißt jetzt, wie du diese Licks üben musst. Wie du den Basslauf dann einbaust. Wenn die einzelnen Teile klappen, dass du zum 12-Takter den Bass mitspielen kannst oder auch zum 12-Takter die ganzen Licks, dann kannst du versuchen abwechselnd den Basslauf und die Melodie zu spielen. Also wirklich... Auch da würde ich erstmal wieder ohne Akkord wechseln. Lick 1 mit dem Basslauf üben. Wenn das klappt, übst du Lick 2. Bass. Und so weiter. Und baust du das dann nach und nach zusammen. Und ganz am Ende klingt es dann so. Nochmal ganz langsam. 3, 4, 1. Lick 1. Bass auf E. Lick 2. Bass auf E. Zweite Zeile. Lick 1 auf A. Bass auf A. Lick 2. Bass auf E. Lick 1 auf E. Bass B. Und jetzt kommt der dritte Lick. Und nochmal der Bass auf E. Gerade habe ich ganz automatisch, als ich es langsamer gespielt habe, beim Bass noch eine kleine Variation eingebaut. Und zwar habe ich noch einen Ton mehr gespielt. Statt 2, 3, 4, 1. Habe ich beim Runtergehen auch den dritten Bund mitgenommen. 2, 3, 4 und 1. Also das A ist ein bisschen kürzer. Und dann habe ich das G hier am dritten Bund noch kurz reingeschoben. Wie immer kannst du dir die Notentabs und das Playback runterladen, wenn du unten in der Beschreibung von diesem Video auf den Link klickst. Wenn du auf Abonnieren klickst, dann verpasst du keines von diesen Videos mehr. Wenn du auf die Glocke klickst, kriegst du sogar immer eine Benachrichtigung. Jeden Freitag gibt es ein neues Video von mir. Und wenn du jetzt hier oben irgendwo auf dieses Video klickst, dann kannst du gleich weiter lernen. Ich bin der Andi. Mach's gut. Und